Sie müssen gleich singen. Warum? Philipp Jaroski. Warum? Sie singen doch gleich. Ja, 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 in einer Stunde, zwei Stunden. Und deshalb sollten wir nicht so viel sprechen. Ja, aber das ist okay. Wir machen jetzt ein Interview ohne Sprache. Ohne Sprache? Ja. Also. Sie kriegen heute den Echo Classic. Genau. Welche Gefühle haben Sie dabei? Wie lange haben Sie dafür gearbeitet? Nein, nein, nicht reden. Wir machen es ohne Worte. Ist es anstrengend gewesen, den Echo Classic zu kriegen? Was ist Ihre Lieblingsrolle? Oh! 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 falls Sie jetzt gehen. Wir sehen uns danach nach zum richtigen Interview. Philipp Jaroski, Echo-Preisträger, Countertenor! Vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi! Danke. See you later. Ok!